Mario ist wieder da! Naja fast, denn Super Mario 3D World erscheint hier in Europa erst am 29. November. Da uns Nintendo aber freundlicherweise frühzeitig mit einem Testmuster versorgt hat, kann ich euch schon jetzt meine ersten Eindrücke zum Spiel schildern. Ich habe mich sowohl alleine als auch im Multiplayer bis in die vierte Welt vorgearbeitet und hatte bislang eine Menge Spaß. Natürlich ist das Konzept des Spiels nicht wirklich neu. Sicher, man darf jetzt neben Mario auch Luigi, Todd und sogar Peach spielen, aber der Spielaufbau ist wohl bekannt. Und wer wie ich seit Super Mario Sunshine auf ein Mario mit einer großen, offenen, erkundbaren Spielwelt wartet, der wird leider auch hier nicht fündig werden. Es läuft nämlich wieder wie folgt. Von der Weltkarte aus, wählt ihr die unterschiedlichen Level, die wie in Super Mario 3D Land recht kurz und linear gehalten sind. Wie immer gilt es natürlich die zahlreichen Hindernisse, Abgründe und Gegner zu überwinden, um schließlich sozusagen das Ende der Fahnenstange zu erreichen. Das Konzept ist alt, aber die Level sind zum Glück mal wieder vollgepackt mit frischen, lustigen Ideen. Eigentlich bietet so ziemlich jedes Level etwas Neues. Mal schwimmt ihr auf einem freundlichen Dino einen Fluss entlang und dann bekommt ihr eine praktische Mutant-Tirania in die Hand gedrückt, die euren Weg frei frisst. Natürlich finden Mario und Co darüber hinaus noch jede Menge Power-Ups. Neben alten Bekannten, wie etwa der Feuerblume, kann sich Mario nun ja bekanntlich auch einen Katzenanzug überstreifen. Mit dem könnt ihr Gegnern die Krallen zeigen und vor allem auch steile Wände erklimmen. So könnt ihr in den Leveln oftmals ordentlich abkürzen oder auch Punkte erreichen, die euch normalerweise gar nicht zugänglich wären. Das Erkunden der Level lohnt sich, denn überall warten drei grüne Sterne darauf, entdeckt und eingesammelt zu werden. Die braucht ihr übrigens, um bestimmte Level freizuschalten. Außerdem gibt es Stempel, mit denen ihr dann eure Miiverse-Posts verzieren dürft. Aber was ist nun mit dem Multiplayer? Nun, der macht durchaus auch Laune, aber es fehlt ein wenig an Übersicht. Sicher, irgendwie macht natürlich gerade das Chaos den Spaß aus. Wir haben uns eigentlich gerade dann prächtig amüsiert, wenn wir es gerade auf gut Deutsch gesagt verkackt haben. Aber die Kamera ist im Multiplayer wirklich ein Problem. Mit bis zu vier Spielern auf dem Schirm ist sie manchmal einfach maßlos überfordert und zoomt viel zu weit raus, so dass man einfach nicht mehr wirklich gut erkennt, wo man hinspringt. Das sind übrigens alles Probleme, die man in einem Online-Modus nicht gehabt hätte. Nicht wahr, Nintendo? Aber, aber lassen wir das. Hat ja sowieso keinen Zweck. Kommen wir lieber zum Fazit. Super Mario 3D World erfindet das Rad nicht neu, hat aber durchaus genug neue Ideen, um trotzdem auch Mario-Veteranen eine Menge Spaß zu bereiten. Auch mit Freunden ist das Spiel ein Vergnügen, obwohl der Mehrspieler-Modus durchaus seine Problemchen mit sich bringt. Sieht alles ganz danach aus, als wäre Super Mario 3D World, wie erwartet, nicht der Oberhammer, wie es ein Super Mario Galaxy war, aber der Spielspaß stimmt durchaus. Für Fans des Klempners ist es also definitiv ein Pflichttitel. Wer allerdings noch unentschlossen ist, muss nicht verzagen, denn genauer beleuchten werden wir Mario 3D World natürlich mit unserem ausführlichen Test pünktlich zum Release. Ich hoffe, spätestens dann sehen wir uns wieder. Bis dann, macht's gut, euer Martin. Bis dann!